so aufnehmen läuft nein ich bin ich erfeuert ok große täler ist aber so 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 glücklich konnte ich kann noch obwohl ich kann es ich kenne es nur die fünf teile auswählen ich nehme aber heilung das was machen wir jetzt also ich kann jetzt weil was soll ich jetzt führen die die cobolts abhör wir sind wirklich nervig die die da gibt es jetzt ich nehme einen wächter mit hinzu wir haben achten 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 das wir von links ich bin so also sind wir bereit moment moment achten achten schon wieder in front naht die defensive auf während ich wieder etwas weiter nach hinten meine abwehr verziehe ich probiere ich probiere als eine bei dem level denke ich immer ich verziehe meine in achten achten ja also irgendwie lag das gerade wieder bei mir ich verstehe das nicht ich glaube ich darf nicht zu lange aufnehmen das verträgt mein pc nicht ich hoffentlich habe ich jetzt nicht während den spiel lags das ist ungefähr so wie jetzt oh rechtsklick komm golem wow 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 oh warte 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 mein zweck ist tot wow nein da 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 das war jetzt nicht so geplant das habe ich zweimal rechtsklick gemacht obwohl ich das gar nicht wollte wow nein 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 oga feuer oga nein also ich lenke hier gerade mal den anderen oga ab den ich aus versehen rechtsklick ich bin ich bin wow ich komme gerade noch so weg du musst gerade irgendwie die aufhalten oh scheiße ein berg troll ein berg troll oh jetzt habe ich es geschafft jetzt habe ich den noch gerade getötet ja gut legt es immer noch bei dir es geht ich habe zwischendurch einfach so frameeinbrüche oh das ist natürlich blöd also wenn es nichts ist sag es mir dann mach mal äh nehmen wir die aufnahme nicht ne ne das geht schon wow 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 scheiße die dürfen mich nicht erwischen die dürfen mich die Bogenschützen dürfen mich nicht erwischen ich habe kein Leben mehr ah scheiße wow wow Oh, Scheiße. Unsere Verteidigungslinie werden immer wieder kaputt... Oh, Scheiße. Da haben sie unsere erste Verteidigungslinie überrannt. Wow, 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 wow. wo ich bin ich habe kein Leben mehr auf Gott ja und ich habe kein Leben mehr das ist das Problem ich hab sie hast du vielleicht irgendwie Lebens irgendwo Lebens oder es neben sich hier ja ich habe auch keine sie die Pro Scheiße also rechts haben sie schon fast alle überrannt ja links auch da müssen unsere Verteidigung mal neu aufbauen das Wichtigste ist dass sie jedenfalls nicht bis zur letzten durchkommen das ist das A und O dieses Spiels oder dieser Märchen ach du Scheiße ich habe schon wieder kein kein kaum noch Leben müssen halt auch immer schauen dass sie nicht durch die Mitte durchkommen wenn wir auf den Seiten ich bin ja das ist zack ich habe mal in der Mitte ein Frisch Entverteidigung steht aufgebaut also ich habe bis jetzt am meisten mit investiert hier war noch früher noch andere oder oder bin ich jetzt täusche ich mich ne eben nicht schon weg gesprengt ok zu mir was geht es los oh Gott ich komme gleich schon wieder oh scheiße die kommen durch die Mitte die kommen durch die Mitte ich gehe mit ok wir haben Elfer Combo geschafft das muss Punkte geben oh jetzt ist es wieder kurz gelegt aber geht schon also ich habe durchgehend 60 fps sei froh obwohl ich wahrscheinlich wieder nur in 30 fps rendern werde oder obwohl ich werde vielleicht mal ich habe das immer noch nicht bei youtube verstanden wie man das macht ähm dass es durchgehend 60 fps hat das habe ich noch nicht kapiert um gott wo zu viele Orgs wo er ja mehr dann die verziehe ich lieber nach hinten denn ja wenn ich hier erst durch die gegend laufe nein da müssen wir dann müssen aus spiel neustadt es geht schon es geht schon mal kurz ich muss schickes escape das sieht bei mir sehr interessant aus der feste wieder auf ich war nämlich gerade wieder ich war gerade nämlich mit dem sprung die geile aber immer nur die rechte an und noch mal und wieder und wieder wenn er ich bin jetzt gleich fertig kann ich gut nach wo jetzt aber jetzt kommt schon wieder frische fertig ja warte dann komme ich gleich nun trefferserie 11 wo scheiße vorsicht da ist eine mitte ja ich habe ich habe ich habe es vorsichtig schleuter jetzt park zu dir rüber oder sollte eigentlich durch wo jetzt sehe ich nicht mehr wo ich hinfeuere stirb wo scheiße ich habe kaum noch leben jetzt aber den da ich habe elementar den kann ich aber nicht nahkampf angriff machen schau gerade noch die mitte hier doch warte ich verteidige auch mal noch die mitte oder mit ein paar fallen hopp 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 syr zack von mir aus geht's jetzt warte mal ich muss doch gerade ich habe ich habe ich habe über noch überall ich kann ich habe noch über drei fallen kann ich positionieren jetzt noch zwei ich habe so ich habe tötet ich kann uns nicht töten aber egal denn das können hast du gerade etwa nee okay wo da kommt die letzten die kommen doch die mitte ich ich verleidige dich so jetzt kommen sie auf die außen flanken und wer das mal weg zu dir über katapultiert dankeschön ja immer noch immer gerne das erklärt auch wieso du mehr kills hast zack 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 mitte 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 ja ich hab's sehen dass mitte ist das mitte die säure spritzen bringt aber auch voll geil die sehen so geil aus wenn sie dann das ist voller säure sind oder sie auflösen die nächste noch eine letzte wäre wo ich habe einen schädel ich habe einen schädel sehr schön wo ich habe mich haben ich habe einen elementaren mich verliebt hat sehr schön der kämpft jetzt erstmal für unsere seite nochmal für unsere seite das spart mir schon mal sehr viel arbeit wo die mitte mitte durch so wieder sagt 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 gut schöne breitseite zu dir über ich kann das einfach aber sie haben eben noch nicht mal die hinterste erreicht deswegen können wir uns das leisten dass wir da mal durchbrechen ja eben um scheiße die bieten bei mir durchbrochen ich komme ich komme ich komme ich komme ihr kommt hier nicht durch so war ich ein feuer auch bin sagt hallo aber wir haben es geschafft schon wieder wie du bist aber gestorben oder wie sagen wir dann wieder nur statistik oh wir sind unter wir fahren über der zeit wir haben einen wir haben zwar kommt 20 sekunden ja 20 sekunden bonus schädel tausend gitter getötete schon wieder schon wieder bist du besser eh natürlich ich bin einfach der pro also ich bin schon mal ins zauberbuch ins zauberbuch aber ich finde hier gar keine schönen fallen die fallen sind die teuren fallen sind immer erst so ganz weit oben ja ich will die boden boden flammer ja eben die will ich auch was ich auch gerne hätte wäre ähm äh wie heißt das stampfer oder der zermalmer äh falsch nicht der zerstampfer oder die wandklinge der zermalmer die sehen echt cool aus der paladin ist aber auch gut ja eben ich denke ich kann gerade passieren ja jetzt schauen wir mal jetzt ähm dass wir nicht alles immer doppelt kaufen das ist ja auch blöd ähm ne ich also ich kauf die bodenflamme und du kaufst den paladin okay oder du oder du kaufst den zerstampfer meinetwegen oder äh ich hab jetzt paladin okay ja ich muss bodenflamme noch einmal warten ah ja egal ja also damit müssen wir und je nach diesen kleinen problemen schauen wir auch ob wir weiterspielen oder ob wir nochmal auf oder ob wir jetzt einfach aufhören ja bis dann tschüss tschüss